Es ist nicht der erste Untotenfilm, aber es ist ein absolutes Referenzwerk, es ist ein Meilenstein des Untotenfilms. Ein Zombiefilm, in dem das Wort Zombie nicht ein einziges Mal fällt. Und es wird endlich Zeit, dass wir über George Andrew Romero's Night of the Living Dead, a.k.a. die Nacht der lebenden Toten sprechen. Ich freue mich. Untote Grüße von uns zwei, den lustigen beiden. Aber es geht ja um die heilige Dreifältigkeit von George A. Hey, fucking Romero. Ist das so? Ja. Und ich freue mich, wir haben ja schon, wir haben ja angefangen mit Dawn of the Dead, glaube ich. Wir haben über Dawn of the Dead gesprochen. Wir haben über Day of the Dead gesprochen. Dann haben wir über den letzten Survival of the Dead gesprochen. Survival of the Dead, ja. War das ein Patron-Pick? Nein. Survival of the Dead war auf jeden Fall eine zweite Chance. Ja, stimmt. Aber wirklich verdient hat natürlich auch Night of the Living Dead einen quasi Halloween-Rückspiegel. Ja, absolut. Also das sind natürlich, wir widmen uns hier den Klassikern und es war wirklich einfach mal an der Zeit, endlich über diesen Film zu sprechen. Ja. Den wir natürlich schon lange kennen, häufig gesehen haben. Ich jetzt länger auch mal wieder nicht. War schön, den nochmal wieder anzuschauen und ein bisschen aufzufrischen. Und das ist nämlich was ganz Besonderes. Klar, es gibt, der erste Zombie-Film sozusagen ist ja von 1932, White Zombie. Da hat ja der Rob Zombie seine Band damals ja auch nachbenannt. Rob Zombie oder wir wissen ja, er heißt ja eigentlich Robertus von Zombos mit bürgerlichem Namen. Das haben wir ja bei dem Video von Three from Hell, haben das einige nicht geglaubt. Ja. Aber was ihr nicht wisst, ich habe ihn mal interviewt und das hat er dazu zu sagen. Well, Mr. Zombie, is it true that your real name is Robertus von Zombos? Yes. Aber genug von Rob Zombie. Lass uns über einen Zombie-Film sprechen, der das Wort Zombie nicht einmal in den Mund nimmt. Ja, wieso nimmst du das eigentlich nicht alles in den Mund? Untote. Nein, Living Dead, die lebenden Toten. Die lebenden Toten, ja. Warum dieser Film so wichtig ist, ist, weil er also ganz heutzutage essentielle, elementare Tropen etabliert hat. Beziehungsweise zum ersten Mal aufgegriffen hat. Ja. Nämlich. Vor allem halt weg vom Voodoo hin zum, ja, wie soll ich sagen, natürlich. Unbekannten Ursprung. Man weiß es nicht ganz. Hat vielleicht irgendwas mit Strahlung zu tun, vielleicht. Also der Film sagt das ja tatsächlich. Weil es ist ja, wir haben ja hier von der Außenwelt hauptsächlich Radioaufnahmen, Berichte. Wahnsinn. Ja, genau. In denen halt gesagt wird so von wegen hier diese Venus-Raumsonde ist abgestürzt und hat irgendwelche komische Strahlung mitgebracht. Und dadurch erwecken jetzt die Toten zum Leben. Könnte auch Fake News sein, man weiß es nicht. Natürlich, klar. Die Skeptiker kommen da noch nicht zu Wort. Die kommen dann eher bei Dawn of the Dead. Ja, wobei das Ganze ja schon in gewisser Form auch einen sehr großen Anteil Science-Fiction hat. Also jetzt nicht Science-Fiction im Sinne der Science-Fiction, sondern was das Apokalyptische, was dieses Weltuntergangsszenario angeht, was in den 50er, 60er, 70er Jahren halt den Science-Fiction-Film halt ausgemacht hat. Diese Panikmache, vor allem dann, wenn wir an Orwells, die Quatsch auch Orwells, Edgy Wells, War of the Wolves, der halt die ganze Zeit über Radio funktioniert hat. Weil hier streckenweise auch unsere einzige Verbindung zur Außenwelt halt Radio ist, in denen halt ein Schreckenszenario beschrieben wird, das nochmal darüber hinausgeht, was wir hier die ganze Zeit sehen. Die Invasion der Untoten, was dann auch für mich immer wieder ganz klar Richtung, in welchen Off-Body-Snatchers und was es nicht alles halt in den 50er Jahren schon im Science-Fiction. Genre gab. Und deshalb finde ich auch die Wahl des Schwarz-Weißen so geil, weil das halt auch eine, sag ich mal, eine Überschneidung damit ist. Wahrscheinlich Kostengründe, weil es ein Independent-Film war. Der hat so ungefähr 100.000 Dollar damals, glaube ich, gekostet, ein bisschen mehr, 114.000 US-Dollar, hat das 200, wie weiß ich nicht, wie vielfach eingespielt. Auf jeden Fall unfassbar erfolgreich. Was ich aber meinte mit diesen Trademarks, die er halt schon sehr früh etabliert hat, ist eben, dass die Untoten Menschen Fleisch fressen. Dass sie da kannibalistische Züge an den Tag legen. Schön ist ja. Und dass man sie nur mit einem Kopfschuss oder halt, indem man das Gehirn zerstört, dass man sie damit dann zum zweiten Mal töten kann. Dann wirklich in die Hölle zurückschicken kann. Solche Sachen, die heutzutage einfach ganz elementar sind. Ich meine, damals war das noch nicht so etabliert. Heute weiß jeder 5-, 6-Jährige durch irgendwelche Kinderserien teilweise schon, Videospiele weiß, was ein Zombie ist und weiß vor allem, wie man den umbringen kann und so. Hat natürlich auch dann, also nicht nur, hat dieses Genre komplett revolutioniert, komplett noch was Neues losgetreten. Sonst hätten wir diese ganzen, diese zig Filme und diese Wellen, die immer wieder kamen an zig Filmen gar nicht oder Serien auch. The Walking Dead, dann das Comic, wo dann auch die Serie daraus entstanden ist, mit zig Spin-offs. Aber vor allem auch Shaun of the Dead, der, wo der Name eher an Dawn of the Dead angelehnt ist, eigentlich sich eher an Night of the Living Dead abarbeitet. Wieso? Wieso die den Titel genommen haben. Weil Shaun of the Dead wahrscheinlich besser klingt als Mike of the Living Dead oder so. Ne, warum du meinst, dass sich daran eher abgearbeitet wird? Die Zitate, ne, Coming to get you Barbara zum Beispiel. Aber auch bei Shaun of the Dead verschanzen sie sich ja im Winchester, in der Kneipe, im Pop. Und hier ist es so, dass uns unsere Protagonisten zum Großteil, sympathisch, manche nicht, in einem Farmhaus, im Bauernhaus da verschanzen. Und dann kommen die Untoten und belagern sie. Ist ja so ein Belagerungsfilm zum Großteil. Unsympathisch finde ich hier schwierig, weil ich finde alles sehr nachvollziehbar. Alle Handlungen finde ich hier sehr nachvollziehbar, weil sehr viel auch aus Angst motiviert ist. Wir haben sehr viele... Das legitimiert ja auch nicht alles. Nein, aber es rechtfertigt auch nicht alles. Aber es macht es irgendwie verständlicher. Es geht ja nicht darum, zu sagen, dass das moralisch einwandfreie Handlungen sind, die wir hier immer sehen. Aber es ist für mich zumindest in so einer Ausnahmesituation, wie sie ja auch nun mal ist, dann eventuell auch schon verständlich. Im Ausnahmezustand, ums eigene Überleben kämpfen, okay, klar. Aber man hätte natürlich trotzdem auch eher zusammenarbeiten können. Natürlich, klar. Ist ja auch ein Plädoyer, weil man ja schon... Okay, auch wenn das natürlich die Zusammenarbeit dann scheitert. Spoiler an der Stelle. Nee, wir sagen ja nicht, welche Zusammenarbeit. Ich habe aber gar nicht so viel zur Geschichte gesagt. Wobei natürlich auch relativ wenig zur Geschichte zu sagen ist, weil sich hier zwei Figuren in einer Hütte, sag ich mal, treffen. Dann kommen noch mal fünf dazu. Ja, in diesem Haus. Dann verbarrikadieren sie sich. Genau. Und harren aus halt, bis die Kavallerie kommt. Richtig. Und dann gibt es halt ein böses Ende. Da können wir am Schluss auch noch mal drüber sprechen. Gerne. Das ist ein sehr cooles Ende. Also Achtung, Spoiler werden bestimmt hier mal vorkommen. Aber die meisten von euch alle eigentlich sollten diesen Film natürlich kennen. Ja, auf jeden Fall. Aber das Schöne ist halt auch, wie ausgiebig er dann diese zwischenmenschlichen Konflikte hier auch behandelt. Cool ist halt auch, dass wir dann hier auch so ein bisschen das Thema haben, so Maskulinität. Weil es hier auch viel um Machtverhältnisse geht, beziehungsweise um Machtgefüge, beziehungsweise darum, dass sich der eine oder andere dazu verpflichtet fühlt, für sich zu kämpfen. Der andere so ein bisschen mehr so für die Gemeinschaft. Aber letztlich geht es halt wirklich schon so ein bisschen auch darum, so der Stärkere, um den Stärkeren, so Survival of the Fittest, Darwin-mäßig. Wohl ganz kurz, Survival of the Fittest bedeutet eigentlich, derjenige überlebt, der sich am besten anpassen kann. Ja, natürlich. Nicht der da am stärksten ist. Ja, ja, sicher. Aber man nimmt das Beispiel ja trotzdem immer in dem Kontext. Und was natürlich ein bisschen dann auch so der Zeit geschuldet ist, natürlich so ein bisschen die Frauenrolle, weil die ja sehr lethargisch hier auch. Die Barbara, ne? Vor allem. Vor allem Barbara, wo ich da gelesen habe, dass die Figur eigentlich anders angelegt war. Sie sollte eigentlich stärker und emanzipierter sein. Aber die Schauspielerin der Barbara hat das halt so gut verkörpert, dieses komplett abwesende, lethargische und auch das Ängstliche, dass sie das umgeschrieben haben und gesagt hat, okay, das kann sie besser. Und das verkörpert sie viel besser. Und deswegen machen wir das so. Da waren ja sowieso einige Entscheidungen, wie zum Beispiel Dwayne Jones, den schwarzen Protagonisten zu nehmen, was damals schon so revolutionär war, war gar keine politische Entscheidung. Es war eine sehr, wie soll ich sagen, eine sehr menschliche und soziale, oder einfach die vernünftige Entscheidung zu sagen, der, der am besten Schauspielern kann, wird hier die Hauptfigur. Das ist ja das antirassistischste, was es gibt. Das ist ja total geil. Schrecklich. Ja, ja, aber das ist total cool. Das wurde nämlich dem Film jahrelang irgendwie so angedichtet, so von wegen, ja, guck mal, Romero hat hier extra den Schwarzen und hin und her. Und da haben das so politisch aufgeladen und dabei hat er auch nur gesagt so, ja, nee, er war halt der beste Schauspieler, deswegen haben wir den halt genommen. Was eigentlich die coolste Aussage ist. Ja, aber ich muss dazu auch sagen, ich finde es herrlich, erfrischend und angenehm, wie unpolitisch er in diesem Schwarz-Weiß-Spiel ist. Also ich, das ist so natürlich, dass der Schwarze hier die Hauptfigur ist. Ja, darum geht es überhaupt nicht. Ja, genau, genau. Das spielt einfach gar keine Rolle. Und das finde ich super. Achtung, Werbung. Ihr wollt das passende Outfit zu Halloween und weder als Barbie noch als Oppenheimer verkleidet gehen? Dann passt beim nächsten Clip ganz genau auf. Es geht um andere politische Sachen vielleicht, ne? Ja. Und es geht halt auch um eine neue Art von Zombie, die sehr furchteinflößend sind, weil sie halt so authentisch halt auch sind. Es gibt ein paar sehr coole Szenen, in denen wir dann halt auch sehen, wie sie halt, wie du ja schon gesagt hast, das menschliche Fleisch verzehren. Aber sie sind ja vorher auch schon furchteinflößend, finde ich. Und das macht auch vielleicht so das Schwarz-Weiß und auch das 4 zu 3 Bildformat. Natürlich. Was das natürlich auch so ein bisschen klaustrophobischer gestaltet, wenn dann so die Arme durch die Fenster kommen und so weiter. Es ist ja schon in gewisser Form auch ein Kammerspiel. Wir sind die ganze Zeit im Haus. Klar, klar. Also mehr oder weniger. Aber diese Untoten, die wirken halt auch einfach, das ist einfach gruselig. Weil die einfach so, die werden auch nur als Dinge bezeichnet oder als Ghoul. Weil sie einfach, sie sind zwar langsam, aber sie gucken einfach starr durch die Gegend, kommunizieren nicht, können nicht sprechen und sind einfach nur auf Töten getrimmt. Und das macht es einfach auch heute noch gruselig. Sie sehen einfach auch fies aus, muss man sagen. Also für mich ist Night of the Living Dead ein sehr erfrischend, stimmungsvolles Belagerungsszenario, bei dem es auch letztlich wieder so einen, auf der einen Seite unbekannten Feind gibt, aber auf der anderen Seite natürlich einen höchst bekannten Feind, weil es nun mal letztlich der auch runtergebrochener Mensch wieder ist. Klar. Und er hat das Wegweisen nun mal geschafft, uns eine neue apokalyptische Welt zu schaffen, wie es sie seitdem immer wieder häufig kopiert. In seinen Fällen ab und zu vielleicht sogar einen Teil besser, weil ich bin natürlich dann schon ein bisschen eher bei Dawn und Day of the Dead ist natürlich auch ein sehr starker Beitrag, aber wäre halt nie ohne Night of the Living Dead passiert. Der ja auch komplett humorfrei ist, der so komplett ernst erzählt. Bei Dawn kam er dann schon eher aus so, 70er Jahre, alles so ein bisschen etwas witziger, auch bunter natürlich. Er hätte gerne Tom Savini hier gehabt für die Effekte, konnte aber nicht, weil er in Vietnam war, er musste Militärdienst verrichten, so ist das. Ja, ja, deswegen konnte er da nicht, aber hat ja dann mitgespielt bei Dawn of the Dead und hat ja natürlich dann später auch die Effekte gemacht und so. Hier übrigens auch schön die Effekte durch Schwarz-Weiß natürlich etwas einfacher, das Blut darzustellen. Schokoladensauce. Hat den echten Untoten dann wohl gemundet, keine Ahnung. Die haben auf irgendwelchen Fleisch rumgebissen, ich glaube, wie Truthahn oder Pute oder sowas. Was einem gerade so schmeckt. Ja, genau, mit Schokosauce auf jeden Fall. Ja gut, aber bei dem Budget auch ganz klar und es sieht halt trotzdem noch cool aus. Ja, wie du eben sagtest, es ist nicht nur die Belagerung dieser Untoten, dieser neuen Art des Feindes, sondern eben dann das, was in dem Haus auch passiert. Ja, mit dem einen hier, mit dem Vater. Mit der Glatze da, der Vater des Mädchens, das da später auch nochmal eine krasse Rolle spielt. Ja, der ist schon etwas sehr egoistisch. Das kann man schon sagen, aber das ist auf jeden Fall, ist ja ein Konfliktpotenzial. Auf jeden Fall, ja, genau. Und dann kommen wir... So gut, dass er da ist, ansonsten wäre das Ganze natürlich nicht ganz so interessant. Absolut, ja, ja, für die Dynamik ist das halt total cool und für die Dramaturgie natürlich auch. Und dann gibt es ja noch diese Leute, das ist ja nicht die Polizei, sondern diese Jäger. Ja, genau, die Bürgermiliz quasi. Genau, und das finde ich halt auch einen total geilen Aspekt, weil es eben nicht nur das Militär oder die Polizei ist, sondern klar, hier haben wir die Leute oder die Menschen, unsere Protagonisten, die sich verteidigen, die einfach überleben wollen. Und dann gibt es auch noch die Partei, die sagt, wir gehen jetzt auf die Jagd. Die jagen die und machen sich zur Aufgabe so richtig so America, fuck yeah mäßig. Wir ballern die jetzt hier alle weg. Und dann passiert eben auch das am Ende, Spoiler für die letzten paar Augenblicke, in denen sie dann zu diesem Haus kommen, erstmal die Untoten wegballern und dann sehen sie halt den Ben, gespielt von Dwayne Jones, und erschießen ihn. Ohne mal zu fragen, so hey, bist du eigentlich ein Zombie? Reicht ja, dass er schwarz ist. Reicht ja, dass er schwarz ist, aber wie gesagt, auch das war nicht politisch motiviert, das war halt einfach so. Ja, wir haben ihn für einen Untoten gehalten. Ja, haben ihn erschossen und das ist dann halt das tragische Ende dieses Films. Und ich glaube, besser und pointierter hätte man es eigentlich nicht machen können. Und das Lustige und das Coole in gewisser Form ist auch, dass dieses, was die Bürgermiliz angeht, das ist ja etwas, was sich über die Italien weg durchzieht. Das ist das Motiv, was du überall hast und heute vielleicht dann auch, also aktuell mit einem bitteren Beigeschmack zu sehen ist. Ja, wenn man sieht, was die Amerikaner so hinter verschlossenen Türen schon, sag ich mal, vorbereiten, beziehungsweise so ideologisch, in welche Richtung das Ganze eventuell geht. Oder was damals auch am 6. Januar passiert ist und so, als sie da einmarschiert sind. Ja. Das sind dann Szenen, also es ist immer wieder interessant, dass Filme, die mehr als 50 Jahre alt sind, Sachen schon zeigen. Und quasi schon prognostiziert haben. Der Mensch ist so durchschaubar, ne? Das ist alles so berechenbar, ne? Wer hätte es gedacht, dass ein Zombiefilm oder ein Untotenfilm dann mal so wichtig ist oder so nah an der Realität sein kann? Ja. Also dieser Film hat halt sehr viel losgetreten. Deswegen ist es halt ein Eckpfeiler, ein Meilenstein der Filmgeschichte, der Kinogeschichte, kann man auf jeden Fall sagen. Und das halt wie im Horror-Genre so üblich, so häufig üblich, ein Independent-Film. Ein kleiner Film von ein paar Leuten, die gesagt haben, so wir machen jetzt hier mal einen Film. Freunde, erinnert er auch in der Richtung sehr an Peter Jacks Bad Taste, wenn man sich so die Entstehungsgeschichte anschaut. Das sind Überzeugungstäter. Das macht es halt gerade für so Genre-Fans wie uns natürlich noch umso sympathischer. Genau. Ja, den wollen wir auf jeden Fall natürlich dieses Halloween ganz besonders ans Herz legen, ans Filmfressenherz. Wer den nicht kennt, sollte das schleunigst nachholen, den mal kennenzulernen. Jetzt gucken. Das ist ja Public Domain, glaube ich. Also liegen keine Rechte drauf. Kann jeder auch rausbringen, genauso wie Evil Dead. Die waren halt so unerfahren damals, dass sie sich mit diesen ganzen Vertriebsrechten und so weiter nicht auseinandergesetzt haben. Ja, Romero ist an dem Film nicht reich geworden. Gut, so ist das halt manchmal. Aber wir sind durch ihn reicher geworden. Das hast du schön gesagt. Absolute Empfehlung, ist ja völlig klar. Wir besprechen in den diesjährigen Halloween-Specials vornehmlich Klassiker und Filme, die wir sehr gerne mögen und euch nochmal ans Herz legen. Und einfach, weil wir gerne darüber sprechen und ja, vielleicht auch mit euch so ein bisschen in Austausch, in Kommunikation treten können, wollen. Ihr könnt nämlich alle eure Gedanken natürlich in die Kommentare schreiben oder schließt doch ein Patreon-Abo ab, unterstützt uns. Da könnt ihr uns dann auch Nachrichten zum Beispiel schreiben. Kann sein, muss. Ja, muss sein. Hält den Laden am Laufen, ne? So ist es. Wir sind die Filmfressen of the Living Dead für euch immer noch, bestehend aus dem Peter und der Manu. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020